die schulen nehmen als französisch lehrer ich werde denkbar schlechteste französisch lehrer denn ich kann nicht richtig französisch sprechen ich kann vorlesen aber ich verstehe nicht warum es geht so ich verstehe nicht warum geht es sie wissen dass mein französisch geht sie gut leichter brauche ich hatte blau jetzt steht seiner scheibe und sie denn da im häuschen und sie guckt durch die scheibe richtig eingeschnappt habe ich schon die unterhalten sich jetzt gerade drüber der hätte mich gar nicht so krass treffen können der ist nicht sauber der oben hat pöppel unten weit alles klar eine schöne optik jetzt geht es gleich richtig los ja du bist halt solo drin in der nummer einer noch ich komme nicht hoch über mir auf dem dach schön den pöppel wieder hergeben das ist meine ich das runtergeballert lutscher ich schieße so lange nicht bis ich meinen pöppel kriege da bist du tot hier liegt liegt okay jetzt brauche ich trotzdem medkit die zeit nehme ich mir machen wir gleich ich habe keine ahnung wo der erste her kam der kam auf jeden fall aus dem nichts minus 60 auf lober nicht lober wie heißt denn watson sorry ich schmeiße meine meine holt bis ran ans haus die ist hinten unten hier was leute ich weiß noch keine ahnung wo die überhaupt sind hier bei mir also einen habe ich noch die schilden sich hier drinnen ja ich bringe da zwei unterrein hat sich glückwunsch ich habe keine 99 ich hänge hier an irgendetwas fest ja ich bringe da einfach zwei unterrein snow du musst die maus langsam nach unten ziehen es gibt fast keine recall in den game das ist ist das trick sie ohne ja vielleicht eine drohne ich war jetzt ewig drauf auf dem scheiß und ich habe kaum noch light money also ich habe 100 ja hier bei mir ist ein team er drückt mir halt instanten shot mit der wingman das kommt das ist so ein blödsinn man die sind die sind nicht fliegen glaube ich mit so einem schild pusht man nicht so gutes ding oh shit ich gehe ins haus die sind so dicht hätte man eigentlich was hören müssen ne hier unten open field 120 ach du scheiße also den habe ich hier den habe ich richtig gelasert also nun tun wir nicht diesen hier welchen ich offiziell abgestaubt habe das ist die rave und der mirage der stand und mit seiner mit seiner shield bett oder was auch immer er in der hand hatte das war das war schon fast gemein ich komme runter gesprungen und er so ich bin unsichtbar nein bist du nicht und von bunkers ist eine charge rifle ja moin da oben drauf und die werden auch von hinten getargetet und die schweifel kommt ja ja das ist der schweifel duty jetzt nicht mehr dass das wieder viking oh mein gott weißt du wie oft wir den heute schon weg gemacht haben bestimmt vier fünfmal glaube ich weiß nur dass ich ein bisschen zu spät geschossen habe ich krieg nichts ab alter so wer hat jetzt gestaubt alter was hier hat sich was hier hat sich was einer smock fix ich sag doch nichts diesbezüglich gehen bei mir hier bei mir hier bei mir hier bei mir hier bei mir der slo und shield noch ein squad du stehst ja aber direkt davor ich habe nichts gehört was soll ich denn sagen wenn ich nichts höre dann musst du deine ohren aufmachen ich bin ich bin ich bin ich bin immer bei fünf rum unter uns ja rotz und blue ich geh runter rotz und schiebrog ja rotz und block die 20 ist nicht stark aber immerhin endlich mal eine gute runde heute also kill mäßig hof alter ich will nicht wissen wie viele dämpfe ich immer aufmachen habe bestimmt ein 6 oder so ja ja okay gut das ist okay ich müsste elf kills haben elf zwölf kills 15 bruder 15 wenigstens bin ich nicht so wie du 1 4 mit 10 kills ne macht ihr mal ich suche mir in der zeit auch ne wache ja natürlich warum okay gibt es in diesem spiel eigentlich noch die p20 wenn man hammer points hat oder wird die dann automatisch unsichtbar da hat auf jeden fall eine prowley auf dem dach auf dem dach auf dem dach ist ne lober bei der ich zu blöd bin sie zu treffen ein team ist aus war da was vor allem habe ich gestern dann noch nachgeguckt ne das was der eine geschrieben hat dass das butterfly wird ja 25 auf lifeline hat purple ich lieg auch meine fresse alter die kommt mal nicht mehr ich lieg auch shield rock of the bank bang liegt ja mir reicht es auch alle weg das war monster cookie komm ran hier komm ran hier trixie schön dich dran wenn du von der kante runter bis kannst du aufhören perfekt ich glaube hinter uns waren team kann das sein da hinten da hinten hatte ich immer von den dings gehabt hier skull piercer du läufst gerade linie da ist ein sniper der war hier oben bei dem bei dem hat er ist geflogen der ist nach hinten abgehauen der war beim loon das muss ein solo sein und der wird von außen rein poken werden wir gleich das nächste team ach du meinst 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 du deinem Gamepad dann schreibt das bitte so Ja, Oxi, das ist alles nicht so eine Kunst. Das ist Gewöhnungssache. Es gibt Leute, die können viel schneller triggern als ich. Es gibt Leute, die machen 20 Klicks per Second auch normal da auf dem Dach, ne? Ja, da ist noch einer oben, einer unten. Ich fliege erstmal hier hin. Guck mal, was passiert. Die ballern. Nice. 740 Körbel. Alles klar. Der oben da steht Perfanaus. Geht nach links. Ich kille euch. Oh, die hat guten Helm, die hat guten Helm, die hat guten Helm, die hat guten Helm. Oh shit. Punkt runter. Ja, kein Indicator und ich werde trotzdem gehittert. Gut zu wissen, Mann. Nein. Fuck. Egal, wir können ja eh nicht auf der Mauer hier bleiben, von daher. Ich komme zu dir, Dyson. Ich bin close bei dir. Die waren auf dem Felsen oben, ne? Ja. Zip-Line gestellt, Zip-Line gestellt. Hier ans Gebäude, an das Kleine. 94 Headshot, der erste. Alter, der eine an der Zip-Line, der mittlere. Shield fast broke. Der erste hat 94 Körbel. Nice, nice, nice. Die werden gleich zurückpoken, schützig. Einer hat White, einer hat Blue. Liegt. Jäger. Sorry für den Ziel. Woo. Nice. Yes, endlich. 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 Ich glaube, das ist meine erste 10-Kill-Runde, die wir gewonnen haben diese Woche. Yay. Nur 10 Kills? Ernst? Ich habe zwei, Mann. Ich bin schon wieder nur ein Kill, ne? Wow. Ich habe den Dyson gemacht. Uff. Hahaha. Ich habe den Dyson gemacht. Der ist nicht hochgekommen aufs Dach, ne? Ne. 7,76. Sauber. Im Springen, ne? Der hat von mir in der Luft, hat der Hits bekommen, Alter. Hier unten einer. Anderes Team. Auf dem Dach, glaube ich. Hä? Hä? Der Bot war noch hier. Der ist hier drinnen. Oh Gott. Ich hatte keine Rüstung, deswegen haben wir sofort gelegt, Alter. Ach, meine Fresse. Mein Kopf. RNG. Scheiß Game, Alter. Sorry. Ja, dann. Das war eine Sentinel. Über der Schuh. Also, wir hatten eben, als ich gecallt hatte, waren hier oben Schüsse. Jetzt ist da eine Sentinel. Und wir sind... Ja, da hinten sind die. Kannst du marken? Habst du nett gesehen, aber ganz sicher. Ach so, ja. Portal ist gerade weggegangen, deswegen. Die müssen schon eine Zeit lang geportelt haben. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Einer shield broke. Er ist fast cracked. Octane. Das ist kein Octane, das ist eine Wrave. Nein, Octane. Ich hab oben den fast gecrackt. Ach so, ach so. Crack, bang. Vorsicht, P20 mit Add-on. Ist das ein verdammter Ernst? Er macht jetzt noch eine zweite Animation dazu? Okay. Das war ein Witz, Mann. Loba, ist half-shield gone? Shield broke die... Und weg, die Alte. Schönes Ding, Jungs. Mr. Joker, ballert mal ein bisschen Liebe für den Mr. Joker. Er ballert einfach 10,50 Euro. Er ballert einfach 10,50 Euro. Dein Feiertagszuschlag. Mr. Joker, vielen, vielen Dank, Mann. Das war doch nur ein Spaß. Das war doch nur ein Spaß. Trotzdem, vielen, 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 vielen Dank. Ballert mal ein bisschen Liebe, ihr Süßen. Stab, 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 stab. Loba, shield broke. Ja, genau. Lass hoch, lass einfach hoch, 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 hoch. Und alle cracked. Nice, 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 nice. Ich weiß, Nades? Ja, 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 lass den Nades werfen, lass den Nades werfen. Wir müssen sich alle shield. Shield low on Revenant. God, das ist ja nicht. Loba low. Revenant liegt. Zwei Nock, zwei Nock. Ist nur noch die Loba, ist nur noch die Loba. Der Schluck, der Schluck. Unter der Treppe. Habste, habste, habste. Woooo. Hebs ihn. Okay. Das ist ein Schling gemaust, was ist eh. Da ist noch ein Team, da ist noch ein Team. Oh, meine Fresse. Ich muss wieder hoch. Von den Light-Ammo. Ja. Oh, ja, Romus. Romus nockt. Die haben Dings. Ich pushe an die linke Tür. Rafe ist ultra low. Rafe ist ultra low. Nice. Jetzt ist nur noch der Revy mit seiner Ulti. Hier. Der ist nicht mehr in seiner Ulti. Der ist nicht mehr in seiner Ulti. Kann man einer heben, bitte? Okay, nice. Ich glaube, die Rund zur Zeit im toten Winkel. Crash Nash. GG's. GG's only, bro. That was a fight with you guys. Over ult. 10 seconds to the ring. It's course at least. Die müssen aber auf uns zukommen eigentlich. Wenn wir jetzt Pash haben, dann da. Hier, zip, 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 zip. 3, 2, 1. 40. Krass. 40. Sheet broke, sheet broke, sheet broke, sheet broke, sheet broke, sheet broke. Die geht hinter nach Swarms. Da laufen auch nochmal zwei andere. Gleich straight reinlaufen. Straight reinlaufen. Wollte nur sicher gehen, weil da eigentlich hätte noch einer die Sipp nehmen müssen. Ja, eigentlich schon, aber ich glaube, das war der, den die gerätzt haben, der da gerade flog mit der Sippie. Weil die anderen zwei waren hier vorne schon. Durch den Durchgang und gleich links. Alles klar, Captain Blackbeard. Macht euch ein schönes Frühstück. Lasst es euch gut gehen, mein Güter. Liebe. Da, Zone. Ich treffe nichts. Mein Aim ist trash. Lob, hallo. Das ist recht von euch, ne? Ja. Ich bin noch 50. Niede. In der Schieberick. By die Schieberick. Reloading. Killed ein Enem. Niede. 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 Keine Kommunikation von Fiddae, echt. Das ist ja schlimm. Ach scheiße, ich war muted. Ich hab die ganze Zeit mit euch geredet, Alter. Sorry. Hab ich nicht mitgekriegt. Da fuck? Seit wann war ich denn muted, Alter? Ja, seitdem wir da in diesem Treppenhaus waren. Oha. Ach stimmt, weil ich mit dem Anadudi geredet hatte. Wir haben nämlich einen Crashnash, ROG Crashnash. Ich weiß nicht, ob das ein Pro-Team ist oder sowas. Die haben wir auf jeden Fall gesmoked. Dann hab ich kurz mit ihm gequatscht. Also hab GG's an. Sorry, Leute. Wir haben uns aber auch noch was. Ich weiß nicht, ob wir es sind. Ich weiß nicht, ob wir es sind. Wir haben einen Rechnung. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.